Tod Anj Amun, sein Grab und die Schätze. Die große Ausstellung zur archäologischen Weltsensation. Die Grabkammern des berühmten Pharao in einer spektakulären Rekonstruktion. Besucher werden zu Entdeckern und tauchen ein in längst versunkene Welten. Tod Anj Amun, sein Grab und die Schätze. Ein Ausstellungserlebnis, das sie nie vergessen werden. Untertitelung des ZDF, 2020